Hallo Helge. Hallo Schweden. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das ist das erste Mal, dass du in Schweden bist, ja? Ja, ja. Erstes Mal in Stockholm? Ja, ja. Und? Und? Fühlst du dich zu Hause? Und heißt Ack, habe ich schon gelernt. Ack? Ack. Fühlst du dich zu Hause? Ja, ja. Hast du noch Elche-Freunde hier getroffen? Nein, leider nicht. Noch keine? Nein. Wieso nicht? Ich glaube, die sind alle versteckt im Wald, aber ich muss die Stadt kennenlernen. Stockholm. Stockholm. Hast du jetzt Stockholm kennenlernen? Stockholm. Und du hast Leute gesehen, baden, schwimmen, zaufen, party machen. Ich bin ein Fan von Stockholm schon. Stockholm ist Superstadt. Summer in Stockholm is the best. Dann ist fertig. Ich bin ein Fan von Stockholm.